leute was gerade zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich würde sagen wir drehen als allererstes wir können ja dreh ich kann ja hier drehen bitte ich hoffe dass wir diese stammel tokens kriegen zwei stück oder gerne auf fünf können wir nämlich aber besser machen wir gehen rein in den spin let's go die wm bräuchte sehr weniger die bringen jetzt nicht so viel fehlen mir 20 natürlich ja leute ich würde sagen wir sehen uns in der runde wieder bis gleich als man das ist gleich gerade nicht gehört hat bis gleich und da sind wir schon in der ersten runde oder bin ich besser jetzt hat sich mit der struktur verkleinert ja genau meine fast 40 verkleinert ja kurz so ein kleiner kleiner macht dran getrunken wurde ich bin tot das habe ich nicht das gefühl dass ich irgendwie weiterkommen also ist der titel ganz gut und zwar komme ich aus wie nach ich glaube der titel ist doch okay wir sind drinnen leute wir sehen uns im halbfinale bis gleich private push und das mit 16 leuten und die hälfte ist gefühlt erstmal stehen geblieben der ja natürlich ich bin ich raus sonst er gibt den titel wirklich sind diese diesen titel für diese folge hier also für die erste folge habe ich halt einfach schon fertig obwohl ja die folge noch nicht beantwortet war die folge noch nicht aufgenommen ist ja ich bin raus au naja gg wir sehen uns in der nächsten runde bis gleich paint splash da habe ich überhaupt keinen bock drauf weil ich hasse nie mehr spaß an sich die gegner sind das problem zack 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 wir sehen uns im halbfinale bis gleich leute rocket rumble ich mag dieses team spiel ich war gefühlt jeder deiner teammates diese einfach kommt also die bombe er dich weg anstatt dass du die anderen wegkommst das spiel mit dir ist auch verwall gebürstet ja stark stark ist sehr gut funktioniert auf jeden fall er ist tot ich denke die ganze zeit da ist einer also tatsächlich einer also entweder haben die jetzt gewonnen oder wir haben verloren es sieht aber im moment so aus erzählen wir verloren und zwar komplett auf hochtour das er einfach geht weil er weiß dass er keine schauen wie er kommt trotzdem noch reingeschossen beide auf einmal weg ja statt dass sie die flagge komplett holt nein bloß nicht ja er stellt sich in meine rocket alter ja moin und wieder pompig hinweg natürlich 3 9 zu 3 für uns leider wir sehen uns im finale ist gleich finale und dann meine lieblingsweb lava land mit boxy mode ekelhaft wird jetzt jetzt wird richtig ehrenlos hier ich muss nur hoffen dass keiner von denen diesen boxy mode ok er hat den ok ok das hat schon mal sehr gut funktioniert bei rasen an aha zweiter mein gedanke geh mal weg ja er ist rot ticker der scheiß fuchs kriegt mich nicht nein geschlechtig das so aus nach stress wegen der stresssituation naja leute wir sehen uns in der dritten runde wieder bis gleich teilt vor ich weiß nicht so ganz was teilt voll auf deutscher ist deswegen voll heißt ein das weiß ich aber das teil das weiß ich nicht das sagt mir überhaupt nichts erst ging erst ging aber ich wollte mich gerade auch auf diesen einen da spring machen wir sehen uns im halbfinale so ich muss gerade überlegen bis gleich leute wieder rocket rumble dann aber bitte dann wieder viele andere lavaland oder die so blocktisch oder laser tracer sport und ich bin team gelb wir haben das direkt schon mal drei ab effekt den dinschen da hoch die gehen hier runter auch was okay das trampolin habe ich gerade nicht gerettet krass genau geht rüber ich versuche jetzt einfach mal kurz durch zu rennen zu den blauen system mal kurz wegbomben ehre 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 oh mein gott dicker wunders er geflogen hat er bamm oh mein gott dicker alle sind einfach runter gefahren bis auf ich ja okay ich hab mich einfach selbst weggeschossen weil ich hatte irgendwie gehofft dass ich dadurch vielleicht rüberkomme also dass ich da vielleicht irgendwie dann zu diesem trampfen gekommen er hat sich aber konnte selbst weggeschossen hat na auch gewartet dann gehe ich hier hin die fahne okay kann man nicht okay aber wer krank nein egal egal wer b7 zu 5 gewonnen ja gg leute wir dennoch im finale wieder hoffentlich laser tracer oder blocktisch bis gleich naja es ist nicht laser tracer oder blog aber dafür jungle road und ich mag diese mehr nicht im finale ich bin komplett dumm dass ich das gemacht habe komplett dumm dass ich da so dumm jetzt noch über die sprung gelaufen bin weil hier ist halt dieses box immer auch mega unfair leute wir sehen uns im auto bis gleich leute wenn euch die folge gefallen hat lasst gerne mal ein like und ein ab oder schreibt gerne mal in die video beschreibung genau schreibt in die video beschreibung schaut in die video beschreibung da ist alles verlinkt und ich würde sagen bis zum nächsten mal hau rein tschüssi